So, dann schauen wir an, wie wir hier entsprechend arbeiten. Ich habe ja hier schon eine Tonspur, einen Film- und Tonspur drinnen. Kann ich ganz zum Anfang hinsetzen. Man kann das auch noch ein bisschen verschieben. So, und dann starte ich das Video oder diesen Bereich einfach mal. Das sieht man schon, ich habe hier gerade die Aufnahme gestartet, habe noch gar nichts gesagt. Dann habe ich kurz angefangen. Und jetzt fange ich nochmal an, weil ich vielleicht kurz abgelenkt war. Das heißt, ich kann den vorderen Teil gar nicht richtig gebrauchen. Das war irgendwo hier, wo ich sage, ab hier passt mir dieses Video. Mal schauen. Okay, also ich weiß ungefähr hier an den Tonwellen, sehe ich ja, wo ich dann was sage, wo es etwas leise ist. Hier habe ich im Hintergrund geklickt. Dann kann ich also hier die Markierung an diese Stelle stellen. Und dann sage ich an der Stelle trennen. Jetzt habe ich diese Film- und Tonspur in zwei Teile geteilt. Und die hier, die bräuchte ich gar nicht. Da kann ich sagen, Rechtsklick, Entfernen oder einfach die Entferntaste. Und dann schauen wir es uns nochmal an. Jetzt könnte ich es auch so verschieben und das Ganze starten. Hier in diesem Video möchte ich zeigen, wie man... Okay, wunderbar. Gut, das ist der eine Teil des Videos. Jetzt habe ich ja in der Wiedergabeliste, habe ich hier noch ein Kanalbild. Das möchte ich vorne heransetzen. Das nehme ich hier und ziehe das einfach hier runter. So, und dann ist das hier drauf. Schieben wir es mal ganz zum Anfang hin. Und hier gehe ich auch ganz zum Anfang. Und dann habe ich also dieses Kanalbild. Fünf Sekunden lang. Hier läuft der Timer entsprechend mit. So, und dieser Bereich hier, der ist leer. Mein richtiger Film, der kommt ja erst da hinten. So, was mache ich da? Ich könnte einfach das hier nehmen, rüberschieben. Wenn dieser Magnet hier aktiviert ist, dann dockt es hier einfach an. Ich brauche das also nicht genau, millimetergenau dahin schieben. Oder ich habe die Möglichkeit, dass ich in diesen Bereich gehe und sage, auch Entfernen. Und dann bin ich da wirklich drauf. So, schauen wir es uns nochmal an. Und Kanalbild. Und dann wechselt das sofort in den neuen Film. Wenn ich jetzt nicht möchte, dass das so einen harten Übergang bekommt, dann kann ich diese Filmspur allerdings nehmen. Kann die ein bisschen nach drüben ziehen. So, und jetzt habe ich hier praktisch einen Übergang. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Von Anfang an. Ich habe hier also Kanalbild. Und dann habe ich hier einen weicheren Übergang, eine Blende eingefügt. So, dann schauen wir uns mal das Ende von dem Video an. Ich kann ja hier den Zoom ein bisschen ändern. Dann sehe ich das hier auch. Wenn ich also hier dann hingehe. Das ist also das Schluss von dem Video. So, und dann sehe ich hier unten, da habe ich wohl noch OK gesagt. Und dann läuft das so aus. Und wenn ich das nicht haben möchte, dann könnte ich jetzt wieder hergehen. Könnte das ein bisschen nach drüben ziehen. Dann wieder einen Schnitt setzen. Trennen. Oder ich gehe einfach her und gehe mit dem Cursor ganz zum Ende des Films hin. Und ziehe das praktisch nach hinten. Und dann kann ich das Ganze so praktisch auch trimmen. Nun gut. Wenn das Video praktisch so passt, dann kann ich das Ganze jetzt fertig rendern. Also hier am Anfang, Kanalbild, Übergang, aufgenommenes Video. Und dann klickt man auf Exportieren. Dann schaut man noch mal nach, wie das Ganze eingestellt ist. Wir brauchen H264. OK. Und dann steht hier Datei exportieren. Das MP4-Format, das würde ich immer eingestellt lassen. Weil wenn ich das Video entsprechend weiterverarbeiten möchte in Mebis oder auf YouTube, dann ist MP4-Format genau das, was am sichersten weiterverwendet werden kann. Ja, dann klicke ich hier auf Speichern. Möchte ich ersetzen. Sage ich ja. Und jetzt kann ich hier hinten bei Aufträge sehen. Hier wird das Video jetzt gerade gerendert. Ich kann an den Prozentzahlen gerade ablesen, wie weit es schon ist. So, und wenn das Video fertig ist, fertig gerendert ist, dann kann ich hier drauf gehen, Orten anzeigen. Hier haben wir das auch entsprechend. Und dann kann ich mir das anschauen, was ich da erstellt habe. Okay.